Teil 15 von Komische Lyrik Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Westöstlich von Christian Morgenstern Als er dies von Korf erzählt, fühlt sich dieser leicht gequält, denn für ihn ist Selbstverstehung, dass man mit der Erdumdrehung schlafen müsse, mit den Pfosten seines Körpers strikt nach Osten. Und so scherzt er, kaustisch-köstlich, nein, mein Divan bleibt westöstlich. Ende von Westöstlich Aufgenommen von Bettine